Hi und Damen, herzlich willkommen zurück zu einem kurzen Pokémon News Video zu Pokémon Sonne und Pokémon Mond. In den Nationals in Hongkong, sprich in China, wurde mal wieder ein neuer Trade-Up zu Pokémon Sonne und Mond gezeigt. Derzeit gibt es noch keine höhere Qualitätsversion davon, weil, wie gesagt, wurde bisher nur dort gezeigt. Ich weiß nicht, wieso die das machen. Die wollen uns, ich weiß nicht, wahrscheinlich liegt es daran, dass die jetzt in Hongkong so sagen, und so, yo, ihr seid jetzt, die ist als erstes erfahren, weil ihr seid jetzt neu dabei und ihr kriegt als erstes Mal auch Pokémon-Spiele. Und ja, auf jeden Fall sieht man in den Trailer Wuffels und Koalelu, wenn ich das jetzt richtig im Kopf habe. Und von Koalelu sieht man auch die Fähigkeiten und wie sie funktioniert. Zudem sieht man noch ganz am Anfang, wie der Professor einen so begrüßt, so, sag ich mal, wenn man das Spiel startet, denke ich. Und dann zeigt ihr, das ist ein Pokémon und ja, finde ich auf jeden Fall interessant. Was denkt ihr dazu? Schreibt es in die Kommentare und ich werde meine Augen nach einer höheren Qualitätsversion dieses Trailers offen halten. Hau da rein, bis dann und ciao! Hau da rein! Hau da rein! Guck mal! Vielen Dank.